Oh, frisch geschlüpft. Ich darf selber mal kurz Medizin. Oh, Junge, hier ist nicht mehr zu helfen. So, jetzt holen wir uns Bertha zurück, die fette Kuh. Ich habe sogar einen Menschen umgebracht. Nein! Wie Gott, ich musste es tun. Da hat seine fetten Eier direkt auf seinem Sichi gehabt. Da hilft doch keine Spritze mehr. Der Mann ist hoffnungslos verloren. Zu viele Sanitäter verderben den Brei, Alter. Bist nicht im Kampf, Alter. Bist nicht im Kampf. Du nicht so. Das war sehr gute Aktion, BMW, Alter. Wie er rumtänzt. Wie läuft er? Hey, lasst mich ihn retten. Ja, wenig sei ich ihn wiederbelebt. Danach können wir mich abknallen, Alter. Ist mir scheißegal. Ich muss 2000 Punkte mit scheiß Rettungs... Oh, wie hat der Huf hochgerissen? Vom Feinsten. Erschmiss alle Vierer von sich. So, komm. Schieß doch mal ein paar ab, die ich retten kann. Aber so, dass ich sie... Ohne Probleme retten kann. Da gibt's Leute zu versorgen. Ich komme. Weck da. Lasst es, mein Tor. Mann. Juhu. Mensch, lasst mich doch mal die Idioten heilen. Ein Verwundeter. Warte. Rettung naht. Rettung naht. Guck mal. Nein, ich stirb nicht, Alter. Du Idiot. Ich renne hier extra weg. Warte, das ist doch sinnlos. Na gut, den hätte ich eh nicht retten können, weil die da unten alle rumlungern. Wie die Molche liegen. Die haben Arsch im Dreck und schießen sich über den Haufen. Du siehst das einfach nicht. Oh, da liegen welche. Leute, wartet. Ja, warte, halt durch. Ich komme gleich zu dir. Nimm da mir den weg. Du siehst nichts, Alter. Du siehst einfach nichts. Verwundete. Tote. Wo? Unter mir. Oh, da hinten. Warte, ich eile herbei. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Ich komme, ich komme, ich komme. Ich bin gleich da, ich bin gleich da. Oh, ja, Rettung in letzter Sekunde. Arzt, ich brauche selber mal ein Paket. So, jetzt warte ich. Bleib da. Warte, nicht wegrennen. Oh, verwundete. Hinschmeißen. Warte, 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 ich komme, ich komme, ich komme. Nein, 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 stopp nicht. Diese Drecksgranate hört auf zu explodieren, wenn ich dort bin, oder was? Danke, danke. Danke, kann ich meinen Job gleich hier weitermachen? Danke. Äh. Oh. Ja. Hä? Was? Alter. Ja. Oh, es ist mein Job, Mann. Warte, ich eile herbei, ich eile herbei. Ja. Mann. Ein Leben zu nehmen, ist es eben doch, denn zu geben. Ich eile herbei. Ich lege dich zusammen, Soldat. Was ist da unten, kann man den retten? Der Ass, oh, hier ist wieder einer. Ich bin bei dir. Ja, Junge, ich rette dich. Ich habe nicht mal Punkte, Alter. Ich habe fast gehabt, da gibt es gar nichts. Halte die Stellung, ich komme wieder rein. Oh, hier liegen sie rum. Hier gibt es Arbeit für eine ganze Woche. Oh, jetzt hängt er da drin, Alter. Das ist... Ich bin ja auch kein Soldat, ich bin ein Mediziner-Mensch. Spurm, Trupp, Spurm. Ach nee, das ist ja am Arsch der Welt. Dahinter muss ich ja. Ich lege dich zusammen, ja? Verletzter, ich komme. Warte, warte. Wo bist denn? Warte, Jungchen. Ey, Alter, wo steckst denn du? So. Ja, schöne Gasmaske. Noch jemand? Ach nee, da habe ich bloß was abgenommen. Hallo? Pflichtbewusst, wie ich bin. Schnell. Ich lege dich zusammen, ja? So, wo bin ich her? Ich komme auch hier aus der Hütte. Kommen wir nicht rein? Doch, doch. Oh. Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich. Ich bin beides. Ich bin der staunende Fachmann-Laie. Komm, Jungchen, lass dich mal abknallen. Ich fliege dich auch gleich wieder zusammen. Ja, klotz nicht so blöd. Schieß. Mach. Mach. Los. Hallo. Mach mal. Guck mich an. Und hol dir einen Treffer ab. Klotz nicht so blöd. Schieß lieber. Raus hier. Sanitäter im Anflug. Der einzige, der Arsch in der Hose hat, ist der Sanitäter. Der tapfer. Oh. Oh. Verletzter. Ich eile. Oh, eine Frau. Oh, eine Frau. Reißen, der soll man nicht aufhalten. Warte, ich komme. Jungchen. Komm, ich trinke dich wieder hin. Ja. Oh, da ist der Nächste. Mensch. Sterben wir nicht alle gleichzeitig weg. Ich komme. Nein. Warum renne ich hier her? Da gibt es Verletzte. Not und Elend. Ja, hier meiner. Sein Kopf war fast weg. Reanimieren. 100. Warum das? Habe ich ihn nicht komplett wieder zusammengebaut? Hier. Warte mal. Wo sind wir hier? Hier. Alter, die Granate muss doch mal Schicht machen bei dem Idioten. Kann doch nicht sein. Du schmeißt die Granate und mit deinem Tod stirbt die Granate oder was? Ja, wir haben Ziel Anton verloren. Mir egal. Anton. Anton aus Tirol, Alter. Der kann mir in den Buckel runterrutschen. Ich will nur Verletzte. Da liegt diese Botsau. Ich wollte ihm helfen. Er hat eine helfende Hand ausgestreckt. Also ich ihm. Aber die Berührung fand nicht statt. So, Jungs. Ich bin bei euch. Halt durch! Halt durch! Ich flicke ihn zusammen, Alter. Ja, bitte, bitte, bitte. Das ist mein Job. Oh, hier. Keine Sorge, genau. Wieso bin ich eine Frau, Alter? Ich bin... Ich will wirklich eine Frau sein. Jemand verletzt. Ja, da hinten. Junge, ich komm. Hä? Wo liegst du denn rum? Kein Problem. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin ja da. Ich bin doch nur darauf, dass ich helfen kann. Oh. Hallo. Ich komme. Und ich sind die Besondere. Ja, ja. Ich seh es. Gleich geht's dir besser. Ja. Der Job funktioniert. Das war auch gut. Schön. Die Stelle war für... Wie für mich gemacht. Oh, da hinten. Ich eile. Oh, frisch geschlüpft. So, warte. Wartet. Gleich. Der Meister ist unterwegs. Ja, ich mach. Ja, ich mach das schon. Es kann gut gehen, weil ich hier meinen Job mache. Wie ein Mann, Alter. Wie ein Mann. Die Leute gleich zurück ins Kampfgebiet schicken. Oh, da liegt einer. Das ist mein Job. Dafür wurde ich geboren. Schnell. Mensch, ja, Jungs. Kommt weiter hier mit euch. Ab in den Kampf. Da drüben. Hilfe bitte auch, Dicker. Oh, schade. Ich kriege bestimmt das Motor-Vordienst-Kreuz. Jemand für mich da? Ja, danke. Dann kann ich meinen Job hier unten gleich weitermachen. Super. Super, super. Warte mal, warte mal. Hier, jetzt Leute, die Hilfe brauchen. Ich komme verschont. Unter Einsatz meines Lebens. Ich seh nichts mehr. Ich seh nichts mehr. Wo da hinten? Warte, halt durch. Ich fliege dich wieder zusammen. Okay. Danke. Kollege. Herr Kollege. Was, was sind wir doch für herrliche Leute. Ich bin für dich da. Guck, wie fleißig wir sind. Wie die kleinen Bienen fliegen. Wir können immer noch gewinnen, oder? Ja, mit unserem Einsatz. Ich bin für dich da. Ob das nicht Punkte gibt. Ich glaube, so viel habe ich in meinem Lebtag und im ganzen Spiel noch nie gerettet wie heute. Ich bin für mich da. So, da. Ah, da hinten. Jemand da? Meister? Danke. 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 Zutiefst zu Dank verpflichtet. Ja, renne, Junge. Ich komme gleich. Ich spawne gleich bei dir. Renn weiter. Ich höre schon die Verletzten rufen. Ja, ich warte noch. Bis du da bist, brauche ich nicht so viel selber laufen. So, jetzt wird es Zeit. Kollege war schnell. Das war eine Granate, Alter. Da kommt ein Arbeitskollege. Hier bin ich. Alter, hier. Danke. Sehr schön gemacht. So, kann ich meinen Job auch gleich weitermachen? Da bist du ja wieder. So, ich liebe das Risiko. Ich stürze mich hier runter. Ist es noch da? Nein. Wie leichtsinnig und dumm. Aber das bringt der Job mit sich. Danke. Bester Mann. Irgendwo ist ja die Verletzte. Wimmern. Ich höre sie wimmern. Da. Kein Respekt vor der heilen Wirkung des Ginseng. Warte, ich renne mal kurz aufs Mündungsfeuer. Quer wo? Hä? Niemanden gesehen, Alter. Mensch. So, halt durch, halt durch, halt durch. Dann bin ich auch gleichwürdig da, wenn sie über den Schädel wegschießen. Oh, das ist ein Kampf. Warte, warte. Jetzt. So. Ah, Verletzte. Not und Elend überall. Wo sind sie denn? Da lebt noch. Ich bin bei dir. Mensch. Heilen. Oh. Da. Hilfe bedürftig. Hoch. Der Mann braucht unseren herzlichen Beistand. Da auch einer. Da hinten. Ich muss auch selber mal kurz medizin. Oh, Junge, dir ist nicht mehr zu helfen. Hat sich umgebracht. Ich hasse Selbstbürger. Oh, da. Unter Einsatz meines Lebens. Alter, ich gebe alles. Ich gebe alles. Gott verdammte Scheiße. Gott ist mein Zeuge. Ich gebe alles. Habe ich dann dieses Ende verdient? Nein, natürlich nicht. Sag ich nur. Diese scheiß Engländer. Diese gottverdammten Tommys. Ich hasse sie. Sie sollen ihren Fisch-and-Chips-Arsch zurück in ihre Heimat schwingen. Und mich hier meinen gottverdammten Job machen lassen. Oh, hier vorn. Ja. Ja. Jego, wo du dich auch hingelegt hast. Da hat er sich so auf den Sandsäcken bequem gemacht. Hilfe. Hilfe ist da. Ganz ruhig. Das wird schon wieder. Ein Engl. Was habe ich nun davon? Weil ich Leben nehmen wollte. Statt zu retten. Ich bin Sanitäter. Ich muss jedem. Ich muss Freunde feind helfen eigentlich. Das hat. Das verlangt mein Eid. Mein Beschissener. Ich bin Sanitäter. Das hat er sich so auf den Sandsäcken. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Ich bin Sanitäter. Vielen Dank.